aber erstmals verfahren und später dann die die ich erkläre ich erkläre es ja dass ich erklärt der schildschule er schiebt die stunde aber die geliehen hat das draußen und so fuhr so fuhr das wird ja auch egal so und das bräuchte sind ich brauche doch gar nicht ich komme ich weiß nicht wohin ich will irgendwo lang gehen aber warte ich komme ich weiß nicht wo ich anfangen soll weil ich zu wenig im Talplatz habe wo bist du oben über dir fast wo finden nochmal rohstoffe ja hier sind überall welche ich weiß nicht wo ich anfangen soll ich bin fast da hole ich es nicht ab au 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 skelette oh gott oh gott ich bin ja kurz vorm sterben sehe ich gerade nein erstmal schön in ruhe hier oben ein skelett also ich bin ja warte halt warte warte pass auf wo bist du jetzt genau ich habe ja so grünen Kram den ich gerade einsammel der so grün gelätschen auch ich habe es gelesen ich habe es gelesen ich habe es gelesen warte lass ich kurz gucken also jetzt kommen wir zu mir zu werden ja halt hier ist das komische grüne Zeug so so ganz ganz komisch aber auch direkt und jetzt auch eine Lavequelle aber so jetzt kommen wir zu hören hallo hallo du musst die Pfeile in der Brust stecken oder am Arm keine Ahnung was ein bisschen was durchgeschossen also ich gebe dir mal ein bisschen scheiße hier so da also ein bisschen Kleinkram eigentlich Uran Saphir noch mehr so'n scheiß noch mehr so'n scheiß das da ich habe schon noch äh Eisen so ich glaube ich mache auch irgendwann Mining Baypack bin ich vollgemild von dir? eh teilweise ich habe noch ein bisschen was am Mittag oh was ist das denn für ein halber komischer Stein? ja das ist Galena hast du eine Craftingbox im imblech? ich habe eine ich habe eine Workcard na gut ich kann die meine ich kann dir die in meine Cardschiene hinstellen ja mach mal mach mal warte warte ich muss erst an meinen Rucksack ran oh da muss grünes gezeugt sein Earthchart ich mag gleich habe ich wieder Capson hier zum rüberbauen Sticks habe ich ja noch für zwei Spitzhacken das ist gut so ich bin wieder ausgedient können wir erstmal stehen lassen wir mal hier noch gerade genug zu meinen ja was jetzt noch richtig chillig für eine Ender Pouch eine Ender Pouch ist äh ist ähm ne Tasche also ein Backpack aber das kannst du so äh verknüpfen also das ja also wenn ich was reinlege hast du es bei deiner Ender Pouch auch mit drinne wenn du was rausnimmst ist dann auch bei mir meine Ender Pouch weg das heißt du äh kannst du wenn der kann einfach oben einer hocken und der kann eben halt dann packst du die ganzen Dings rein und die andere kannst einsortieren ne ich wollte chillig ja ja ehrlich nein er ist gerade aus scharf verwandt ach ach ja aber das heute was ehrlich mit dem Prüfling war bei uns heute in der Firma dass ich für den noch extra dass er anruft mir fehlt was hier ist was bei mir fehlerhaft das war das geilste kurzer Feierabend da muss ich dann ehrlich noch losfahren und für ihn noch vom äh vom äh vom Händler noch was besorgen und das dann vom Händler ja Händler der letzten Gammelschrott da hat und nicht seine Materialien kontrolliert aber natürlich lässt man nicht sein sein Azubi der in der Prüfung sitzt tatsächlich verrecken da ne dem hilft dem hilft dem hilft dem hilft dem hilft dem hilft man natürlich schon dass man das Material das was fehlt dass er in die Zeit da ist soll das noch kriegt auf jeden Fall aber hier die Lava ist ganz schön viel aber Diamanten haben noch keiner als ich gefunden zu haben ne ne ich bin grad nicht auf der Suche wie das Jod äh Alter ja hier drüben geht's auch weiter Alter das geht doch besser drüben hin weil ich will mal ganz gucken was ist das zu oben das sieht aus wie iridium aber irgendwie auch wie Ferus Ohr Das da Das da Das Ferus Ohr verklar Ja Egal ist auch wichtig Zack Oh So viel Gold ne Das Gold kann auch gut gebrauchen Ich baue alles ab was ich in die Fingern kriege Ja aber Oh oh Autsch 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 Früher war ich immer so schlau immer auf den Rohstoff stehen zu bleiben Ah Und dann den Block abgebaut aber dann fällst du tiefer Äh der hat ne Schaufeln in der Hand Willst du mich schaufeln? Willst du mich schaufeln? Schon tot Ah noch ein roter Zombie Nasium Autsch Autsch Verkantet Verkantet Hast du noch ne Spitzei gegenüber? Jep Frischgecraftet Einer hab ich noch Aber ich kann auch sicherlich noch mehr machen Ah So soll es nicht sein Ich bin aber überlegen ob wir auch das Nikolai das mitnehmen können Aber das bräuchte ich vielleicht später erst Was mitnehmen? Mit dem Dieses Äh Dieses hellblaue Was du vielleicht schon mal mit dem Angexerwextert hast Oder was war das? Achso das hast du wahrscheinlich Äh ja Äh Chicken ich komm mal so Ähm Ha Oh hier geht's doch weiter Solang es irgendwann nicht ein Essen scheitert Ja ich hab bis jetzt noch recht wenig gegessen Ich bin doch auf meine 18 Kolben Oh 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 Ich kann sich hier voll chillen So Und sie schlagen Wir sind voll dumm Haha Wir sind voll dumm So Ich weiß nicht wo ich anfangen soll ich ne eigentlich nur das wichtigste mit Ach man Pussy Ja Sonst ist gleich in 5 Minuten auch mal wieder mein Inventar voll Dann entleer dich doch richtig bei mir Ja Wie ist bei dir noch nicht so richtig voll oder was? Äh fast Was aber Äh No Bisschen noch Aber nicht mehr viel Ich näh mich langsam Äh Dem Status full Aber ich mein Inventar hab ich ja auch noch und hab ich auch noch ein bisschen scheiße bei dir also Oh Oh ich bin jetzt schon wirklich oben beim Minengang Ach ja Ich bin hier runter Nimm da hoch Zombies Das ist das Oranium Nicht in der Da rein drin Wieso ist das Ehrlich grad das Oranium nicht in meiner Äh Rucksack gewesen Das macht er glaub ich nicht Das macht er glaub ich nicht Das kennt er noch nicht der Rucksack Dabei war ein Oranium schon mal drin Und das hab ich nicht reingelegt Pilze Weiß nicht Hab ich grad bei mir hier oder was? Äh Auch grad Pilze gab's Holy Holy crap Du rennest Ich renne in ne ganz andere Richtung als du Ich bin grad schon wieder hier die ganze Zeit abbauen Wir sind schon wieder Äh Ne doch ich seh deine Namen Also ich seh dich nicht mehr Du hast so ganz grad dunkel unterlegt musst du meinen Namen sehen Ne ich hab ja dieses ähm Diese Voxer Entfernung ausgeschaltet Dass ich den Namen nur ganz normal sehe Weil es regt mich ein bisschen auf dass man die durch Wände verdammt sieht Naja hier unten seh ich dich voll voll dunkel geschrieben gerade so Sag ich mal jetzt gerade noch Alter das sieht episch aus hier Okay, ne Schloss gefunden Keine Kunst hier unten würde ich mal sagen Was ist denn hier der Mann? Manchmal wundere ich mich ehrlich Manchmal wundere ich mich ehrlich woher ich Schaden bekomme ne Das sind aber dann diese scheiß spitzen die irgendwo rumgammeln So haben wir jetzt irgendwo Irgendwo zumindest ein einzigen Diamant Nö Nix Du wie der fette Laser sehe ich Ich sag mal so wahrscheinlich ist Ähm Gerade so ein bisschen fail Viel zu viele äh Anderen Gammelmaterialien als Was man wirklich brauche ey Normalerweise eigentlich nicht Ich hab jetzt eigentlich auch immer jemanden gefunden Woher ist das erste Mal dass ich Wettstum gefunden habe Ehrlich? Ich hab vorhin noch ein Wettstum gefunden Ach Für zwölf bin ich Ich würde ich gerne noch tiefer gehen Ambrils Und so viel Sag mal so wir sind dann glaube ich gut erst mal betucht Ja Erstmal 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 Ja erstmal Auf jeden Fall Was ich so bedenke immer für äh also hier Dieses Oh wie heißt dieses grüne Zeug da Ich vergesse mal den Namen von dem Das brauchen wir jetzt noch nicht weil Das ist für nachher Ah für Kraftfeldbildung Da brauchen wir erstmal schon mal ein Atomkraftwerk für Ja Ich weiß ja auch Ich weiß ja ob wir das überhaupt nötig haben Ein Kraftfeld zu produzieren Hm kann auch noch Ich weiß ja nicht was nötig ist Was man haben muss Was man nicht haben muss Ja willst du ne Schutzhaut um dein ganzes Haus haben? Vor Vor was denn? Ich weiß ja nicht Deswegen Alter das endet ja hier nie Oha Hintch Hier ist schon wieder mein Chef Ja ähm Letzter finde ich wieder massen Und das sehe ich nur Gold Gold nimmer nimmer Ja Für Gold eigentlich immer Platz machen Ich finde schon Level 25 Ich bin Level 27 Alter Hier sind so viel Rohstoffe 28 Äh 28 Da hinten gehts noch Oh bitte Ich hab so komisches gelbes Glitzen Kram gerade eingesammelt Äh Glitterkram Das war Sulfur Also Sulfur Sulfur Damit kann man nachher später Gunporte eigentlich herstellen Oder auch noch Weiß nicht irgendwas anderes auch noch Kannst einfach zuviel herstellen Kannst einfach zuviel herstellen Kannst einfach zuviel herstellen Weil allein hier sind Rohstoffe Hier ist glaube ich von allem fast alles auf einem Haufen Ja Also ich hab auch gerade hier Ohr neben Ohr neben Ohr Ja Guck mal Ich hab gerade so früttischen Eisen ab Ohle das Zinn Ne Hier hast du alles gesehen Ohle das ist alles gesehen Ohle das ist alles gesehen ne Ich hab irgendwo einen Spinswarner direkt hier in den Mannheim Ich hab irgendwo einen Spinswarner direkt hier in den Mannheim So Die Bische wär voll Ich bin aber Ich bin noch hier auf der Suche nach dir man Die Hoffnung will ich noch nicht aufgeben Wann und lass bei euch mich rüber In der Erde Ich will diesen Spinswarner gucken machen So ich sag mal ich finde den bloß nicht ich höre ihn ohne ende die spinnen bangen sich hier da ist er jetzt spinnen die bangen sich schon Arter Prozent so gut Ort Gott ich gehe durch die Dauer die Dauer die Dauer hier hat durch natürlich ist wir siehst du sieben Ort werden so was er stört ja was ist das denn nur irgendwie diese verpackte Spinne da töten denn wie rumtanzt Red Garnet Alter hat das eine chemische Formel muss man dann drauf machen so so